So, hallo und herzlich willkommen in Battlefield Pay for Free. Wir spielen Marsch Tour mit der A91. Wir haben die gleichen Attachments für letztes Mal dabei. So, und, ja, Marsch Tour, genau. Heute mit etwas weniger Spielern, glaube ich, zumindest. So, der Hans Sausage ist einmal Geschichte, zumindest. Okay. Da hinten rennt einer herum, dann werde ich... Autsch. Dann werde ich mal da gleich holen. So, jetzt hat er wieder geruckelt, aber immerhin, wir haben ihn noch mit der Granate erwischt, das ist ja gut. Das Match ist eh gleich vorbei. Das ist sehr gut. So. Gehen wir da gleich... Aha, da ist er schon noch hinüber. Okay. Spielen wir noch eine Runde, würde ich sagen, sonst war es doch ein wenig kurz. So, 2 zu 1, okay. Der arme Ritter haben wir da wieder. Hans Sausage, naja, gut. Warten wir kurz da, bis wir bereit drücken können. So, was ist da los jetzt? Dankeschön. Aha, da haben wir wieder ein so geiles Fahrzeug da. Mit dem werden wir gleich nach vorne fahren. Keiner steigt... Ah, doch, der steigt schon. So. Da fahren wir alle voraus, das ist sehr gut. Habe ich dieses Mal etwas begleitet und genau das Fahrzeug gegenseitig rein, das ist eine gute Idee. Haben wir da voll den Bummelzug heute da. Ich schiebe da noch etwas an. So, perfekt. Der Bummelzug gehört schätzungsweise uns. Wunderbar. Kommen wir weiter da. So, jetzt steigen wir da schnell aus. Bevor da noch ein Malheur passiert. So. Perfekt. Warte, das war ein Traumschuss oder nicht. Wunderschön. So, nicht, dass ich da jetzt Tribut machen lasse von seinen Typen. Wunderbar, so. Wir haben es erledigt. Da vorne ist so ein blöder Sack da oben. Wir haben es erwischt. Wir haben es erwischt. Und dann, wenn wir da unten drin haben müssen. Transformieren muss ich mich derzeit noch nicht zum Glück. So. Wo haben wir da jetzt unsere Gegner? Ist kein Mensch da, wie es ausschaut. Das ist natürlich sehr von Vorteil. Da ist auch kein Mensch da. So, schnell da hinten hin. Bevor er uns da irgendwer umbringt. Aha, da oben. Gehen wir kurz da rüber. Da haben wir ihn. So, perfekt. Gut, nehmen wir kurz den Posten eindulzt. Hoffentlich ohne Probleme. So. Sag einmal. Okay. Wunderbar, den haben wir zum Glück noch erwischt. Das war ein Grammf jetzt, aber gut. So. Da fehlt eigentlich nur mehr der D-Posten jetzt. Oh Gott, okay. Der hat uns erwischt. So, wir lassen den Feuerbiss. Aha, da haben sie uns schon wieder alles weggenommen. Wunderschön. So, das war an der Front. Aha, okay. Noch besser. Passt auch. Bomben wir ihnen da die Hütte zu, würde ich sagen. Perfekt. Perfekt. Aha, haben sie uns anscheinend auch schon weggenommen. Na gut. Dann würde ich sagen. Da war Gott irgendwo so ein Hoverwader. So, dann haben wir Kopftreffer gemacht. Sehr gut. Okay, das war jetzt einer zu viel. Na gut, kann man nichts machen. L 85 A2. Was soll's. Warten wir da kurz so, bis zu... Aha, da sind wir eh schon wieder da. So, jetzt haben sie uns wirklich alles weggenommen, so wie's ausschaut. So, perfekt. Den haben wir erledigt. Und ober. So, okay, das war dann wieder ein Sniper. So, was haben wir 13-3, aber immerhin. Was war das für ein Typ von vorher, der Shadow? 6-2-6, so. Gut, aha, wir sind wieder da. Am allsten Welt, sozusagen. Aber, da vorne geht's weiter. Das schaut ganz gut aus. Steht schon so ein Typ von uns da. Ich frage, ob das jetzt was bringt. So, da sind wir jetzt. Jetzt ist er schon mal... Aha, da oben ist ein Sniper, das ist nicht so gesund. So. Gehen wir da kurz weiter. Ich frage uns der blöde Sniper. Das erwischt er. Perfekt, dann haben wir auch noch erwischt. Gut. So, wir schauen. Perfekt. Der Booster gehört uns, das ist sehr gut. Gut, gut, gut. Aha, okay, jetzt haben sie uns erwischt. So, Cappuccino, aha. Naja, gut. So, was ist das für ein Hover, weiter? Aha, okay, das war vielleicht nicht so sinnvoll. Ja. Gut. So, D-Posten, wo ist der? Der ist in diese Richtung halt rüber. Haben wir eh schon hauptenweise das Säcke da. Ja, genau. Recht hat er. So. Na, toll. Okay, das war mir zu schnell. Naja, immerhin. 91, sehr vom Vorteil. Warten wir kurz ab. So, da sind wir schon wieder. Aha, jetzt haben sie uns den C-Posten schon wieder weggenommen. Sehr gut. Zumindest den haben wir noch erwischt da. Den auch. So, 22,5. Was geht da ab? Ehe nix los. Das ist ja zumindest ein Vorteil. So, lassen wir kurz noch. Medical Girl. Aha, da haben wir wieder ein Girl. Welcher Idiot hat sich da wieder glaubt, dass er sich da als Mädchen ausgeben kann? Das ist natürlich wieder echt lustig. So, da haben wir. Aha, da kommt ein Fahrzeug. Geh mal lieber weg. So, dankeschön. So, passt. Perfekt, den haben wir auch. Gut. Den haben wir auch noch erwischt. Da oben. Aha. So, was ist da schon wieder? So, genau. Natürlich trifft es wieder nur mich, ich sehr klar. Bitte wiederbeleben. Dankeschön. Ich habe eine Ammo über hier. So, und von der Seite wieder einer Toll. Sehr klar. So, right, ich schon mal immer hin. Sehr gut. So. Aha, was ist da los? Da geht es anscheinend zu mal dreißig, wie es ausschaut. So, da sehe ich wieder nichts da. Okay, das ist vielleicht nicht so gesund da. So, ouch, von oben. Na ja. Fokust. Aha, die mit einer Refleerster. Hätte ich auch gern. Schaut, dass ich sie nicht habe. Wäre ab und zu ganz sinnvoll. Na ja, was soll's. So, das sind wir die allerliebsten, die da mit der RPG-Abwehr da herum ballern in der Gegend. So, okay. Na ja. Immerhin. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Schauen wir uns noch das Endergebnis an. Dann war's das für heute, würde ich sagen. So. 29,7. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao.